Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Warte. Herzlich willkommen zu Almost Daily. Nils Bohmhoff ist wieder gelandet. Nils Bohmhoff, meine Damen und Herren. Ja, ich freu mich, dass ich wieder da bin. Heute gibt's eine Sonderausgabe. Nils Bohmhoff, die Show, viele Jahre, großartiges Entertainment. Auch eine Biografie, die einfach sehr, sehr... Florentin Will aka Simon Kretschmer. Mach mal deinen Simon. Wow. Ja, guten Tag. Ich übe mich heute in der Rolle des Simon Kretschmer. Es war ein langer Casting-Prozess, der jetzt da drin gegipfelt hat, dass ich heute hier auftreten kann in der Rolle des Simon Kretschmer. Das ist eine große Ehre für mich. Ich versuche schon seit Monaten, mich in diese Rolle hineinzuarbeiten. Körperlich, vom Gesicht her, viele Trainingsstunden sind da ins Land gezogen, um heute diese Rolle darzustellen. Ich hab mich intensiv mit Simon auseinandergesetzt. Wir hatten sehr, sehr lange intime Gespräche darüber. Ich hab mich sehr in ihn hineinversetzen können. Und er hat mir auch alles mitgebracht für die heutige Folge, was ich sagen soll. Denn ich soll ihn langfristig ersetzen. Ist eine Idee. Und deswegen heute der erste Schritt. Wir probieren das heute einfach mal. Gucken, wie das ankommt bei euch. Okay. Worüber willst du heute sprechen? Der Untergang. Der Aliens oder? Der Untergang generell? Ja. Der Film? Nee, die... Naja, also der Stein, der im Wasser. Warum geht der unter? Warum geht der unter? Was sind die Kräfte, die ihn nach unten ziehen? Und warum fällt der unter Wasser langsamer als in der Luft? Das sind so die Dinge, über die Simon sich Gedanken macht, wenn er in seinem Turm sitzt und grübelt. Aber das sind eigentlich Sachen, auf die Simon die Antwort weiß. Ja, richtig. Deswegen musst du sie ergeben. Du sollst ja nicht die Frage stellen. Das hat was mit dem Wasserwiderstand zu tun. Richtig. Der uns natürlich ständig daran hindert. Der Wasserwiderstand von 1718, wir wissen es alle noch. Richtig, ja. Aber wir alle wissen, wenn wir selber im Swimmingpool sind, wissen wir, dass dieser Widerstand natürlich auch eine Art von Komfort bieten kann. Man ist leichter, lockerer. Also kann nicht Widerstand auch gleichzeitig Komfort sein, Etienne? Das frage ich dich. Ja, meiner Meinung nach schon. Also deshalb, Letzte Generation ist für mich im Prinzip eine Organisation, die für... Warum hältst du dein Ohr? Zugriff oder was? Letzte Generation ist ja auch eine Widerstandsbewegung, die sehr viel eigentlich für den Komfort steht. Also Widerstand ist... Was wird es Simon jetzt sagen? Okay. Ich merke schon, sobald man sowas sagt wie die Letzte Generation, gibt es gleich so... Ich bin komplett down damit, mir die Karriere zu ruinieren. Weil ich habe mir jetzt überlegt, weil jetzt in den zwei Wochen nicht da und ich habe mir überlegt, so ey... Womit ruiniert man seine Karriere dann? Indem man einfach mit dir einer Meinung ist. Moment, hast du irgendwelche Reichtüme? Aber dann bist du ja nicht in Gefahr. Was ist passiert in der einer Abwesenheit? Hast du irgendwelche Reichtüme erlangt, dass du jetzt sagst, du brauchst deine Karriere nicht mehr? Hast du irgendein... Hast du das Bernsteinzimmer gefunden, Nils? Nein, ich war im Wasser. Ich habe gebadet im Meer. Und da waren so Fischis und das waren so weiße, fast durchsichtige Fischis, so ungefähr so groß von der Leute, die jetzt den Podcast hören. Ich würde ungefähr sagen, es ist eine Handfläche. Eine Hand maximal, Handfläche bis Hand. Aber auch so kleine Finger, rösige Fische waren auch dabei. Und die waren so in einem tiefen Wasser unter einem Meter oder bis zu einem Meter, ein kleines bisschen tiefer, also Flachwasser tummelten die da rum. Und ich stand da und die sind um mich rum gezischt. Und ab und zu habe ich mein Bein so ein bisschen fester auf den Boden aufgesetzt und dann stob so richtig der Sand hoch. Und ich dachte, okay, für die Fische muss ich ja ein Titan sein. Ich bin unglaublich groß, die wissen nicht, wer ich bin. Ich bin in der Lage, ihre Umwelt so zu verändern, dass ich quasi mit einem einzigen kleinen Schritt, der mich nichts kostet, ihre komplette Welt mit Staub, mit Sand aufwirbele. Und da würde man doch eigentlich vermuten, die Fische, die hauen ab. Aber du weißt schon, dass die bewegen sich nicht nur in diesem einen Meter Radius bei dir. Die haben schon, also du wirbelst Staub auf ungefähr. Ja, aber sie waren schon, worauf ich hinaus will, ist, die waren relativ unbeeindruckt von meiner Präsenz und von meinen Möglichkeiten. Das ist komisch. Die sind einfach um mich rum und dann dachte ich, okay, aber bin ich nicht im gleichen Maße bedrohlich für diese Fische, wie viele andere Dinge, wie zum Beispiel das Karriereende, für mich. Und wenn die Fische mich offensichtlich einfach ignorieren und es passiert ihnen ja nichts. Kannst du dir vorstellen, dass die Fische vielleicht gar nicht wissen, wer du bist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich ja vorgestellt. Das ist ja oft das Problem bei dir, dass wenn man dich nur halsabseitig sieht, man vielleicht nicht sofort erkennt, wer du bist. Das wäre mal eine Wette. Zeig mir zehn nackte Beine. Und ich sag dir, würde ich dich an deinen Beinen erkennen? Du kennst natürlich meine Unterschenkelmuskulatur, weil du sie oft genug beim Fußballspielen bewundert hast und hast dich oft gefragt, wow, wie kann ich so eine Unterschenkelmuskulatur... Ich sag dir, ich könnte mir das erreichen. Erreichen. Ist das auch für mich... Ich habe irgendwann aufgegeben. ...möglich? Deswegen würdest du meine... Mit diesem rotleuchtenden Pflaumen auf der Wade. Aber aus welcher Gruppe? Also Etienne Gardet aus Hamburg wettet, dass er zehn C-Promis an den Beinen erkennen kann? Nee, zehn Kollegen von Rocket Beats. Also zehn, okay, zehn. Aber wenn das C-Promis wären, dann sollte er uns besser am Fuß erkennen. Haben wir einen Clip? Haben wir irgendwas? Haben wir einen Mats? Naja, ich kann ja das Lachen der Zuschauer hören. Also insofern... Können die so ein Ha-Ha... Aber ich würde gerne weiter da über diese Erkenntnis. Also die Fische hatten mehr oder weniger keinen Respekt vor dir oder vor der Bedrohung, die du möglicherweise darstellen könntest. Warum? Und die Schlussfolgerung daraus ist, warum solltest du Respekt vorm Karriereende haben? Oder wie? Ich habe im Prinzip den Stoizismus erfunden. Du hast eigentlich die Angst abgeschafft. Ja. Für dich in gewisser Weise. Weil du merkst, niemand hat Angst vor mir. Also warum soll ich Angst vor Dingen haben? Ja, genau. Es gibt ja eine Angstharmonie in der Welt. Und wenn beides auf Null ist, dann passt es wieder. Weil oft ist es so, dass die Angst vor der Angst das eigentliche Problem ist. Nicht, dass da wirklich Konsequenzen folgen, sondern dass man eben sein Leben dadurch bestimmt, dass man vor Dingen Angst hat und Dinge heranbrausend sieht, die vielleicht nie erscheinen werden. Das ist doch das, was einem das Leben viel mehr beeinflusst, als dann die wirkliche Konsequenz. Aber Angst ist ja auch aus Erfahrung geboren in gewisser Weise. Und vielleicht hat noch nie ein Mensch tatsächlich dann letzten Endes einen Fisch zerstampft. Weil der Fisch natürlich im Wasser auch überlegen ist in gewisser Weise. Aber wie oft wurden Fische geangelt? So, wärst du ein Wurm, dann wären sie vielleicht skeptisch gewesen. Müssten die Fische nicht irgendwie untereinander sagen, ey, habt ihr gehört, was mit John passiert ist? Was ist mit John passiert? Er war draußen schwimmen, kam so ein riesen Fischernetz oder irgendwie sowas. Und dann, ich weiß nicht genau, was es war, plötzlich war der weg. Wir haben John nie wieder gesehen. Und das spricht sich ja im Fischreich auch rum. Und dann kommen auf einmal deine rothaarigen Beine da ins Wasser. Und dann, da würden ja bei den Fischen normalerweise schon die Alarmglocken losgehen. Oh, ist das dieses Netz, von dem die alle erzählt haben? Ich habe übrigens eine Methode zu angeln entwickelt, tatsächlich. Und zwar habe ich mir an jedes Beinhaar einen kleinen Wurm gebunden. So hunderte kleine Würmer. Und wenn man so das Bein ins Wasser stellt, durch den Wasserwiderstand, die klappen ja nicht einfach so runter, sondern die treiben dann so. Und dann habe ich das Bein in diesen Fischschwamm gestellt und die haben alle angebissen. Und dann habe ich einfach mein Bein wieder rausgezogen. Ich hatte so 30, 40 Fische an meinem Bein hängen. Ja, und dann habe ich die gegessen natürlich. Aber tatsächlich würde ich sagen, Etienne, du hast recht, die Evolutionstheorie ist hier widerlegt, dass Fische nach hunderten von Jahren der Fischerei immer noch es für eine gute Idee halten, den Wurm zu essen. Also, dass da nicht mal man sagt, das ist ja ein absoluter Minusfaktor, wenn du Würmer isst. Das müssten ja eigentlich nur noch die Fische leben, die eigentlich sagen, Wurm, oh nee, danke, nicht für mich, danke. Nehmt ihr mal. Ich fahr aufs Dessert. Das nennt man ein sogenanntes Entwicklungsdilemma. Und zwar ist es folgendermaßen. Fische, wenn sie intelligenter werden, haben sie einen höheren Energiebedarf, um eben dieses weiterentwickelte Gehirn auch mit Energie zu versorgen. Das ist der Grund, weshalb Menschen anders als Würgeschlangen nicht mal vier Monate nichts essen, nachdem sie sich richtig den Wands vollgekloppt haben. Unser Gehirn ist schuld. Und wenn jetzt diese Fische, also diesen Evolutionsstatus erreichen, dass sie eben sehr schlau sind, dann haben sie so viel Hunger, dass sie zu einem Wurm nicht Nein sagen können. Das heißt... Jetzt sind sie dann aber wirklich schlauer. Was heißt denn dann Schlauheit? Naja, sobald sie sich auf diesem Weg befinden, die Erkenntnis zu erlangen, dass der Wurm Todesgefahr bedeutet... Brauchen sie den Wurm, um diese Erkenntnis zu haben. Exakt. Das ist bitter. Aber das erklärt, warum es so viele Fische gibt, aus denen nichts wird. Aber da müssen ja eigentlich nur die Dummen überleben. Wenn die Dummen nicht so viel Hunger haben, dann überleben nur die Dummen. Aber dann ist es ja besser, dumm zu sein als Schlau. Hast du schon mal einen richtig schlauen Fisch gesehen? Hast du schon mal irgendwo, weiß ich nicht, an Harvard oder so irgendeinen Fisch gesehen? Hast du schon mal einen Anwalt... Ich fand den Regenbogen Schuppen Fisch. Ich fand die Lektion über Menschlichkeit und dass man Fische nicht am Äußeren bewerten darf, fand ich schon recht schlau. Aber gut, wo ist der heute? In welchem Fischstäbchen ist der heute zu Hause? Kann man auch mal fragen. Wo sind die alle heute? Es ist auf jeden Fall interessant, was du aus so einem Badeurlaub alles so mitbringst, an Erfahrungen und Ideen. Aber ich möchte trotzdem nochmal drauf eingehen, weil wir waren hier beim Thema Karriereende. Wie siehst du jetzt die Situation für dich? Bezüglich der letzten Generation? Nein, nicht... Oder im Allgemeinen? Das Karriereende kommt ja so oder so. Die Frage ist, beschleunigt man es? Oder versucht man es in die Länge zu ziehen? Zappelt man noch? Währt man sich verzweifelt gegen das, was eh auf einen zukommt? Und da hab ich überlegt so, ja, warum sich nicht dem hingeben einfach? Aber was hat das letztendlich für Konsequenzen? Was für Veränderungen in deinem Leben? Ja, ich werd sehr viel kontroversere Sachen einfach sagen. Ich werd einfach nicht mehr darüber nachdenken, was ich sag. Ich werd einfach viel impulsgesteuerter sein. Ich werd einfach Dinge einfach knallhart auf den Tisch bringen. Und das kann ja auch Erfolg haben. Also es gibt ja Leute, die erst dadurch ne Karriere haben, dass sie Dinge sagen, die sich scheinen bei anderen nicht zu sagen trauen. Vielleicht ist mir auch, vielleicht ist das mein Durchbruch. Ich glaub, dass du mit deiner Meinung heute auch schon viele intelligente Fische hier auf den Schlips getreten hast. Und ich glaub, da wird die Kommentarspalte voll sein mit Makrelen, Forellen... Der Zentralrat der Fische ist not amused auf jeden Fall. Die da wirklich sagen von wegen, ja hier, du meinst, wir sind nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass wir keine Würmer essen sollen. Ich glaube, da wird's richtig hageln. Es ist vor allem so, dass die... Du musst ja... Ich mein, das war ja ein Gag mit den Fischen an deinem Bein. Aber in Wahrheit hat kein Fisch an deinem Bein angebissen. Das spricht ja für die Intelligenz der Fische. Die haben diese verlockenden Beinhaare von dir unter Wasser gesehen, wie du schon schön gesagt hast, die so schwimmen. Die sind nicht... Sondern wie so ein... Ja, wie so ein wahnsinnig schöne Pflanze, die so... im Wasser mitgeht und fast tanzt in Einklang mit dem Meer. Und trotzdem sind die Fische da nicht dir auf den Leim gegangen. Und das spricht ja letztendlich für die... Also dieser Erotik, möchte ich fast sagen, zu widerstehen, spricht für die Fische. Weil ich kenne Menschen, denen das nicht gelungen ist. Dein Beinhaar. Das stimmt. Beinhaar, das Beinhaar. Du ziehst ja eigentlich immer so drei, vier Leute hinter dir her. Wo ist der Beinhaar? Während du so durch die Gegend läufst, hängen immer ein paar Leute an deinen Beinhaaren. Deswegen hast du ja auch so muskulöse Beine. Also das ist ja... Ich muss schleifen die dann hinterher. Ich war mit dem Nils früher... Da waren wir auf Partys und dann gab es immer diesen einen Moment, wo wir dann in irgendeinem Club saßen, im VIP-Bereich. Und Nils wirklich den hier gemacht hat. So wirklich so. Die Hose hoch und dann wie bei Sharon Stone in Basic Instinct. Sie so einmal so im Club überschlagen. Ey, das war immer dieser Magic Moment. Und alle anderen Typen im Club konnten sagen, okay, komm. Ich hab ja gehört, dass es bei euch Usus war, dass man mit dem Bein die Champagnerflasche aufgemacht hat. Dass die, wie so mit diesem Säbeltrick, dass man so den Korken und den Kopf der Flasche aufschlägt, dass das Nils mit seinem Bein gemacht hat. Natürlich. Dass quasi dann die Flasche so hochgehalten wurde und Nils mit einem Tritt dann die Champagnerflasche geköpft hat und dadurch dann alle sozusagen die Party in Höhepunkt, was er anrichtet hat. So war das. Genau so war das auch. Das ist so wie Salt Bay, den kennt ihr ja mit dem Salztrick, wo die Leute nur hingehen, damit er salzt. Das macht nichts von mir. Du konntest wirklich so in Abu Dhabi, konntest du Nils ordern, damit er einfach mit seinem schönen nackten Bein. Ist der Typ eigentlich nichts weiter als ein menschlicher Salzstreuer? Ja. Also es gibt ja so wirklich ganz exzentrische Salzstreuer aus Gold, aus verschiedensten Formen, vielleicht Flamingo-Salzstreuer oder so und der Typ ist einfach ein menschlicher Salzstreuer und der wird dann einfach irgendwo sich gekauft oder was und dann macht er einmal so und ... Aber ist es nicht faszinierend, dass du mit so was Trivialen wie etwas Salzen eine Weltkarriere sozusagen hinlegen kannst? Der ist ja, ich schätze mal, Multimillionär oder weiß ich nicht was. Einfach nur, weil der Steak salzt. Ist das nicht ... Leben wir nicht in einer tollen Zeit? Ja, aber ich glaube, es muss auch Salz sein. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du Oregano so riesen lässt. Das hat nicht dasselbe. Salz hat so eine reine Natürlichkeit, wo du sagst so, das ist ja wirklich nur Fleisch und Salz in seiner Reinheit. Wir werden angegriffen. Alter, die kann fliegen? Wir werden angegriffen. Etienne hat vorhin den Käfer schon eingesperrt im Glasgefängnis, was das perfideste Art der Gefängnisstrafe ist und jetzt wird zurückgeschlagen. Jetzt wird zurückgeschlagen. Aber das ist ja eigentlich auch ein Käfig, nur er ist zu klein. Er kommt da durch. Vielleicht will er uns das damit sagen. Seht her, egal welche Käfige ihr mir baut, ich schlüpfe den durch. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis in so einem Qualitätsfernsehstudio mit all diesen Scheinwerfern irgendwann einfach die Motten und Insekten kommen und das finden. Das sind ja die geborenen Rampensäuer eigentlich. Also genauso wie wir vom Scheinwerferlicht angezogen werden, um unseren Narzissmus zu beflügeln, beflügeln die sich quasi direkt in den Scheinwerfer, um das Licht selber zu gehen. Das sind ja eigentlich die Entertainer, Schauspieler und Showmaster der Tierwelt, sind ja Motten, die sagen, oh da ist eine Lampe, oh da wird was gedreht oder geh ich hin. Interpretierst du gerade Kafka? Spannend. Ja. Können wir die Plätze tauschen? Ach komm, was? Ich will die nicht in meinem Rücken haben. Aber was ist die Angst vor Insekten, Etienne? Erklär es mir. Das hat keinen Stachel, das hat kein Gift, nichts, das kann nichts tun. Schau mal, du bist gerade der Fisch. Du bist gerade der Fisch. Ja. Es gibt nichts, wovor du eigentlich Angst haben solltest, aber trotzdem zappelst du rum. Es ist extrem unangenehm, da sowas im toten Winkel zu haben. Weißt du, stell dir einfach vor, du würdest in Australien leben und dein Alltag wären giftige Schlangen, giftige Quallen, gefräßige Haie, giftige Spinnen, Skorpione, die brütende Hitze, so das wäre dein Alltag. Ich weiß nicht, ob das gerade hilft, ehrlich gesagt. Ich glaube, du hattest noch mehr Angst. Nein, 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 ich setze eine neue Maßstäbe jetzt. Ach so. So, das ist dein Alltag. Und dann siehst du auf einmal das Ding da. Ja, aber so ist es ja nicht. Ich lebe ja nicht in Australien. Ja, aber du kannst es ja für einen Moment mal vorstellen. Ich habe neulich nämlich ein Video gesehen. In Australien gibt es ja diese Huntsmen, das sind so Spinnen. Und die sind eigentlich total harmlos. Vielleicht sind es sogar die größten Spinnen der Welt. Ich weiß es nicht, weil sind die unfassbar groß. Und wenn man, die kleben dann manchmal so einfach an der Decke oder so. Und die sind halt einfach so. Ach. Die sind absurd große. Du hast doch den Google-Meister da. Google mal hier Huntsmen. Wollen wir das wirklich sehen? Ja, Google den Shit, damit du Angst vor der Assel verlierst. Google das mal. Ja, wir müssen dir jetzt so viele Abhärtungsbilder zeigen, dass du dir Angst vor dieser kleinen Assel verlierst. Aber wieso kann ich nicht einfach Angst vor der haben? Warum solltest du diese Angst? Die Angst lähmt dich. Die lähmt dich komplett. Die lähmt dich. Und es ist auch ein bisschen peinlich. Ja, das stimmt. Beides, ja. So, wie heißen die? Huntsmen. Ich habe tatsächlich als Jugendlicher lange im Keller gelebt. Und ich habe sämtliche Angst und Ekel vor Insekten vollkommen verloren. Also jede Spinne, jeder Assel ist mir vollkommen egal. Weil ich so faul war, im Keller zu leben, dass ich halt ständig Asseln im Bett und irgendwo hatte. Boah, das ist doch fake. Irgendwann habe ich das komplett einfach verloren. Das ist doch ein Fake-Dill hier. Nein. Das ist doch fake. Nein. Das sieht aus wie so ein Mount, das du bei World of Warcraft hast. Ja, aber ist das ein guter Maßstab, so eine Ecke? Weil das kann ja... Das ist aber kein... Die würden noch größer. Alter, ist das schlimm. Und die sind aber eigentlich gar nicht gefährlich. Genau. Wie meinst du? Das ist das Ding. Die sind, guck mal, da unten rechts an der Tür zum Beispiel. Alter, ist das schlimm. Und die sind ultra schnell. Ich würde das Land verlassen. Und der Witz ist aber, die sind im Prinzip ungefährlich. Also die können theoretisch, glaube ich, beißen, aber für die Menschen ist das völlig ungefährlich. Boah, nee, okay, reicht. Warum heißen die Huntsman? Ist das wirklich ein guter Name für eine Spinne, die ungefährlich ist? Ja, ich würde ganz sagen. Also es klingt nicht sonderlich ungefährlich. Aber vielleicht hat die Spinne ihr tödliches Gift aufgegeben. So ein bisschen wie Ariel, also diese Meerjungfrau, die ihre Flossen aufgibt für Beine oder so, um den Menschen nahe zu sein. Vielleicht hat sie Größe gegen Gift getauscht. Weil sie so groß ist. Vielleicht ist ihre Mission auch ... Es ist eine Skillung, wie beim Rollenspiel. Ja. Anstatt im Gift zu skillen, im Gift-Tree, im Size-Tree oder so. Ja, irgendwie sowas. Dafür ist sie riesengroß. Ist eigentlich nicht schlecht, weil jeder denkt, wenn er diese Spinne sieht, die brauchen ihr Gift gar nicht mehr, weil sie so ... Da gibt's doch bestimmt so wie der V oder so. Verschiedene Tiere oder Insekten, die nur Abschreckung als Waffe haben. Genau. So wie Leute in Offenbach oder so. Die sind ja wirklich gefährlich. Die sind ja ... Ja. Ja, und Nils merkt eigentlich gerade, dass er sich verskillt hat, weil er hat alles nur in Größe und imposanten Körper geskillt. Er hat keinen Giftstachel, er hat keine Schallwellen, er hat keine radioaktive Strahlung, die er als Waffe einsetzen kann. Er hat alles nur auf Größe geskillt. Und jetzt geht er in diesen Fischteich und merkt, fuck, ich hab mich komplett verskillt. Ich bräuchte jetzt den Giftstachel, ich bräuchte jetzt Mimikrie, ich bräuchte jetzt irgendwie die langen Peitschenranken oder was auch immer und er hat nichts davon. Das heißt, du merkst eigentlich gerade, dass du dein ganzes Leben in den falschen Körper investiert hast. Das ist völlig richtig, ja. So fühlt es sich bei mir aber auch an. Ja, das ist, ich glaube, etwas, was viele Leute kennen. Das Gefühl, dass man verskillt ist und dass man es nicht mehr ändern kann. Und das Problem ist, man kann es vielleicht ändern, aber das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Mit Aufwand, mit Schmerz, mit Disziplin, mit Motivation. Und das will man ja auch nicht aufbringen. Mach ich jetzt auch. Ich trainiere meinen Körper, weil ich hab gemerkt, es gibt noch eine Stelle, die noch nicht perfekt ist. Ja. Und zwar, es ist der kleine Finger. Jetzt seh ich's auch. Der kleine Finger, das ist alles, was ich schaffe. Alleine, allein. Sehr ekelhaft. Mehr schaffe ich nicht. Und deswegen muss ich, trainiere ich wirklich seit ein paar Tagen wirklich den kleinen Finger, der linke kleine Finger. Also während alle anderen sich nicht bewegen, schaffe ich, guck mal, mach mal, wie weit du das schaffst, Nils. Mit dem linken. Linker kleine Finger. Ganz alleine. Ja, da geht fast nix. Aber der Ringfinger geht ab einem gewissen Punkt mit, ne? Ja, genau. Warum ist das so? Weil die Sehnen verbunden sind? Irgendwas ist da verbunden und ich möchte da trainieren. Und deswegen sagst du, eiserne Wille, Motivation. Ab jetzt trainiere ich den kleinen Finger und ich saß tatsächlich schon im Zug. Die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, was alle anderen dachten, dass ich irgendwie entführt wurde und irgendwelche geheimen Signale hier sende gerade oder sowas. Aber ich versuche wirklich jetzt auch meinen Körper zu optimieren. Ich habe an meinem rechten kurzen Finger, glaube ich, eine verkürzte Sehne oder sowas. An deinem was? Der rechte Getreter? Ja, wenn ich mich so, ich mache immer sehr viel Liegestütze und siehst du das, wie sich der, wie sich der wölbt. Ja, hier, der ist da. Ja, genau. Ich kann den nicht so, also das ist nur auf der rechten Seite. Wenn du den drückst oder was? Ja, der geht so, der ist so, der wölbt sich dann. Und ich habe mich immer gefragt, welche Art von Missbildung ist das? Du hast so viel Druck vorne in der Spitze vielleicht. Nee, aber ich habe das, also, guck mal so. Das ist schon auffällig hier. Ja, genau. Man kann das jetzt leider nicht sehen, also weder im Video noch im Podcast, aber es ist so eine kleine, wie eine kleine Wasserrutsche. Links habe ich es nicht. Nur rechts. Ich habe das auch nicht. Wenn ich hier drücke, habe ich das nicht. Habt ihr irgendwelche Erlebnisse mit deinem rechten kleinen Finger? Ich weiß es eben nicht. Das ist die Scheiße. Ja, wahrscheinlich muss ich irgendwas ausbuddeln. Ich muss wahrscheinlich irgendwie zum Psychologen gehen und dann wird irgendein Trauma hochgewühlt, was ich gar nicht hochwühlen will. Ja, oder ist es halt, nee, vielleicht, du bist ja Gamer. Vielleicht hast du einfach durch deine jahrelange Duck-Technik mit dem rechten kleinen Finger einfach so viel Stärke, dass der sozusagen sagt, um mehr in die Spitze zu gehen, lass ich den Rest. Dadurch, wenn du Gamer bist, ist ja der kleine Finger eigentlich der Finger, der am wenigsten irgendwas macht über Jahrzehnte. Weißt du, du hältst das Pad und vielleicht sind die anderen Finger so trainiert und der Kleine kommt nicht mehr mit. Aber was ist denn das? Kann man das mal, vielleicht haben wir, wir haben auch immer Ärzte auch, die das gucken. Ja, eigentlich fast ausschließend. Ja, oder Pianisten. Können wir schreiben, was das ist. Oder Pianisten, weil du vielleicht den rechten kleinen Finger, vielleicht hast du irgendwie mal Geschlaf gespielt, dass du jede Nacht aufwachst und an deinen Flügel gehst und wunderbar eine Balladen spielst und halt sehr viel auch mit den hohen Tönen arbeitest, deswegen der rechte kleine Finger, immer schön die hohen Melodien und dann immer schön gespielt und dann legst du dich nachts wieder hin und hast es nie mitbekommen, dass du eigentlich ein meisterlicher Pianist bist. Oh, das ist eh das. Das kann schon sein, haben wir auch schon, ja. Wahrscheinlich wollen wir gleich hinaus, aber es gab, hab ich wahrscheinlich in irgendeiner August, muss ich vor G7 schon mal erzählen, aber es gab mal so ein Donald-Comic, was ich gelesen hab, was mir irgendwie hängen geblieben ist und zwar geht er zu, weil er ist ja eigentlich nutzlos so, Donald kann nichts und so, es war noch vor Phantomias und so, da war immer nur, in den alten Comics war er immer nur ein Quirulant, der faul, vulgär, cholerisch, er war ja voller Schwächen. Er hat aber auch viel Pech. Ja. Im Vergleich zu Dagobert ist es natürlich auch leicht. Oder zu Gustav. Er ist schwer, um gesund zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, er ist natürlich echt. Deswegen haben sich auch viele mit ihm identifiziert, weil er all diese schlechten Eigenschaften irgendwie verkörpert hatte und im Laufe der Zeit, wie ein spitzer Stein ist, der natürlich weichgespült wurde, wenn man sich die Comics von heute mal durchliest, wie Donald heute dargestellt wird, dann hat er noch Rückstände dieser Charaktereigenschaften, aber er ist ein viel besserer Mensch, er ist übrigens auch eher Phantomias, einfach ein Superheld, also das steckt auch in ihm drin. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte ist, er war seiner Nutzlosigkeit überdrüssig und geht zu Deine Düsentrieb und sagt ihm, ey, kannst du mir nicht mal eine Sache sagen, in der ich, ich gut bin? Es muss auch irgendwas geben, in dem ich gut bin. Und Deine Düsentrieb, wie es der Zufall so war, hat immer gerade die passende Maschine erfunden und sagt so, ja, kein Problem, hier, setz dich mal vor die Maschine, die analysiert das, worin du gut bist. Und dann wird so ein, die Maschine wird an ihn angeschlossen und dann wird so ein, wird analysiert und dann kommt so ein Zahlencode und dann guckt Deine Düsentrieb in sein Buch, okay, was bedeutet dieser Zahlencode? Ah ja, okay, das bedeutet, du bist ein richtig, richtig guter Schlangenbeschwörer. Und Donald denkt sich so, okay, hab ich das nicht mit gerechnet, aber krass, offensichtlich ein guter Schlangenbeschwörer und startet seine Karriere als Schlangenbeschwörer und trifft dann auch irgendwie so eine Riesenschlange, die er meisterhaft dann mit seinem Flötenspiel manipulieren kann und er ist wirklich gut. Und irgendwann kommt aber raus, dass auf diesem Display, was die Zahl angezeigt hat, den Code, da war eine Fliege drauf und Deine Düsentrieb hat sich verguckt. Er hat diese Fliege als Teil der Zahlenreihe wahrgenommen. Das heißt, er ist gar kein guter Schlangenbeschwörer. Und er war gar kein guter Schlangenbeschwörer, aber er dachte, er wäre der beste Schlangenbeschwörer Und das hat ihm das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit gegeben. Und was war er dann tatsächlich? Also was hat die Nummer tatsächlich? Die Nummer war dann zufälligerweise auch. Porno dargestellt, aber das hat man im letzten Panel gar nicht gesehen. Aber das ist genau das, was ich auch meinte, so diese, haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet, so Talente, die nie entdeckt werden, weil man das einfach nicht macht. Wer weiß, in was wir gut wären, vielleicht Kalligrafie, Florentin, aber du es noch nie gemacht hast, weißt du nicht, wie schnell du lernst. Das ist wie in so einem Rollenspiel, wo du den Skill nicht anlockt hast, weil du nie diese Quest gemacht hast oder weil du nie mit dem richtigen Charakter gesprochen hast oder so. Was glaubt ihr, was wären so die geheimen Skills, Geige spielen, rückwärts Fahrrad fahren, jonglieren, was? Mongolische Kehlengesang oder so. Also sowas, was halt in unserer Kultur leider einfach nicht stattfindet, wofür ich aber vielleicht die perfekte Kehle habe. Vielleicht habe ich die perfekte Kehle für diesen, auch diesen Mehrton Kehlengesang. Aber wäre ich in der Mongolei aufgewachsen, wäre ich vielleicht der größte mongolische Superstar aktuell. Aber in der deutschen Kultur gibt es das halt nicht so sehr. Und deswegen wurde das nie gefördert, nie gesehen, nie probiert, dass man mal in der Schule sagt, mach doch mal Kehlkopfgesang, vielleicht wäre das mal was. Und deswegen ist das halt nie weg. Deswegen ist auch die Frage, ist das halt auch von den Kulturen immer so fair gemischt? Weil aber eigentlich deswegen, ja so Weltreise, mal gucken überall, mal so mitmachen, das war gar keine schlechte Idee. Aber ich denke mir manchmal, wenn ich dann wirklich nachts diesen Kehlgesang höre zum Einschlafen, denke ich mir, vielleicht wäre ich einer der besten Kehler, die die Welt je gesehen hat. Aber ich könnte hier auch natürlich keine Karriere damit machen. Weil jetzt ist halt natürlich die Frage, wenn du jetzt wirklich merkst, ich habe ein Kehl-Talent, gehe ich dann in die Mongolei? Nur weil ich da die Charts stürmen kann? Oder versuche ich auf Biegen und Brechen hier in die deutsche Kultur den Kehlgesang einzubauen? Die Frage ist, müsste es nicht auch schon von Kindheit an gefördert worden werden? Das ist das Problem. Du könntest ja jetzt das Talent noch haben, aber jetzt ist ja schon quasi fast zu spät. Aber wenn du mit fünf in die Mongolei gegangen wärst. Aber hat nicht irgendwie Pavarotti erst mit 40 angefangen zu singen oder so? Es gibt immer so diesen einen, der allen Hoffnung gibt. So von allen Talenten, tausenden Millionen Talenten, die Menschheit hervorgebracht hat. Es gibt einen, an dem sich alle anhängen, weil er sagt, ja gut, aber Pavarotti hat er auch. Deswegen hänge ich mich immer an Pavarotti und denke mir immer, vielleicht das, aber ja, vielleicht macht es mir auch gar keinen Spaß. Vielleicht merke ich einfach, ich bin meisterlicher Kehlensänger, aber es macht mir keinen Spaß. Ich mag die Musik auch nicht gern und ich will auch nicht in der Mongolei leben. Oder in einem anderen Land, wo das irgendwie popkulturell gut ankommen würde. Aber weißt du, diese Pavarotti-Geschichte, das ist ja auch immer so ein bisschen falsch vorgestellt. Also du formulierst es so, als wenn der in seinem Leben nie gesungen hätte. Und dann auf einmal irgendwie so fällt er irgendwie auf die Nase und aus Versehen entfleucht ihm ein und dann läuft in diesem Moment die berühmte Opernkritikerin Magdalena Kritikow vorbei und sagt, oh mein Gott, wer ist dieses unentdeckte, schwergewichtige, sehr alte Talent? Und alles nahm seinen Weg und er, ach was, es gibt sowas wie singen? Sondern er hat ja wahrscheinlich schon sein Leben lang immer gesungen, aber dann ist er vielleicht aufgrund der häuslichen Erziehung irgendwie in so einem Beruf, so Gemüsebauer, aber halt immer schon, während er die Birnen streichzart vom Baum gepflückt hat, schon immer irgendwie gesungen. Und dann... Ich kenne die Geschichte nicht, ich möchte sie auch gar nicht näher beleuchten, weil ich mir trotzdem noch diese Hoffnung aufrecht erhalten möchte. Vielleicht war ja das auch das große Geschenk von Pavarotti an die Menschheit gar nicht seine Stimme, sondern dass er mal in dem Interview gesagt hat, weißt du was, wenn ich sage, ich habe erst mit 40 angefangen zu singen, kann ich so vielen Millionen, also ich sage mal, jetzt wirklich unerfolgreichen, erbärmlichen, Sackgassenmenschen wie euch, jetzt mal gar nicht böse gesagt, aber die jetzt vielleicht irgendwo einfach, ja, sich irgendwie rangiert haben in eine Lücke, wo sie einfach nicht mehr rauskommen ohne Hilfe, dass man da vielleicht sagt, all diesen Menschen könnte ich vielleicht noch einen Hauch Hoffnung in ihr Leben hauchen. Vielleicht ist das das große Geschenk des Pavarotti. Und nicht seinen Gesang. Und gar nicht seinen Gesang. Interessante Sichtweise. Kann natürlich auch sein. Stell dir mal vor, wie schlimm das wäre, wenn Michael Jordan, das Talent ist von ihm gar nicht Basketball. Oh. Das ist zwar das, wofür er bekannt ist, weil er das irgendwie auch gut konnte, aber in Wahrheit ist er vielleicht ein Super-Snowboarder oder was ganz anderes. Ja, gibt viele so 2,10 Meter große Snowboarder. Ja, oder? Ja, weil der Körperschwerpunkt möglichst hoch sein muss. Aber das ist doch einfach von der Idee her, dass die Leute, die wir kennen wegen einer bestimmten Sache, das ist gar nicht das Talent. Du hast ja auch gesagt, in deiner Metapher, dass nur das Selbstbewusstsein von Donald Duck letztendlich dafür gesorgt hat, dass er gut Schlangen beschwören konnte. Dabei war es gar nicht sein Talent. Mhm. Was ist, wenn wir die richtigen Talente, weil vielleicht ist Pavarotti, vielleicht ist es gar nicht sein Talent. Der kann zwar super gut singen. Ja. Aber der kann noch viel besser Origami. Vor allem das Problem ist ja auch, wenn du jetzt Michael Jackson bist oder Michael Jordan und merkst, oh mein Gott, meine Gedichte sind wirklich geil. Ja. Also die sind wirklich gut. Kannst du ja auch nicht sagen, ich bring jetzt ein Gedichtband raus. Weil der Michael Jordan Gedichtband, der wird ja zerrissen in der Presse. Weil du kannst es ja auch nicht neutral beurteilen. Wenn jetzt so Nils Bohmhoff mit seinem sarkastischen, satirischen, zynischen Zünglein da anfängt, jetzt irgendwie diese Gedichte zu rezitieren, da kommst du ja nicht umhin, dich darüber lustig zu machen. Also wenn du jetzt in deiner Gedichtshow da jetzt den neuen Gedichtband von Michael Jordan vorlegst, da kommst du ja nicht umhin, dich darüber lustig zu machen. Deswegen, auch meine Theorie, er hat unter falschem Namen veröffentlicht. Und Günter Grass war immer Michael Jordan, die ganze Zeit. Und hat immer Bücher und Texte vorgelegt, weil der kann es ja auch gar nicht unter eigenem Namen vorlegen. Also du musst ja immer gucken, wie nehmen dich die Leute dann wahr, wenn du schon ein Talent hast. Ja. Ich glaube das auch. Also ich glaube, es gibt viele, viele Sachen, die wir falsch zuordnen auch. Das ist, ich habe übrigens neulich ein Buch von Berthold Brecht fallen gelassen. Und dann habe ich es aufgehoben. Ja. Dann habe ich gedacht, ich bin echt ein guter Gedichtheber. Gut. Ey, du warst ja auch zwei Wochen im Urlaub. Ach jetzt, okay. Ich habe echt ein bisschen gebraucht. Okay. Ich habe neulich, war bei uns in der Kita, war so ein Veranstaltungs, irgendein Sommerfest oder so, keine Ahnung, da war ein Trommler. So ein Kongo, Konga. Der war bei uns auch. Ja. Und haben alle Kinder so ein Ding bekommen. Alle haben so, nicht nur Kinder. Und dann saß ich also da mit meinem Kleinen auf dem Schoß. Der hat sich nicht getraut, also habe ich getrommelt. Und da war so ein richtiger Halbkreis. Und dann war der Vortrommler so da. Und hat dann so erklärt, my first remark, hey, bung, bung, hey. Und dann alle so, bung, bung, hey. Und dann haben wir da so getrommelt. Es ging relativ lang, fast eine Stunde fast, würde ich sagen. Dreiviertelstunde. Und dann habe ich gedacht, hmm, eventuell ist das mein Talent. Hattest du das Gefühl, du warst besser als die Kinder im Trommeln? Ich habe das Gefühl, ich war nicht nur besser als die Kinder. Ich war auch besser als alle anderen Erwachsenen. Und ich habe das so richtig, während ich so getrommelt habe, habe ich so, ich habe ihm auf die, ich habe ihm so genau auf die Hände geguckt und gesehen, dass er so verschiedene Techniken hat. Also manchmal, ja, ja, wischen und manchmal so mit so einer leichten, so einer Hohlhand, damit es so mehr, und manchmal mehr an der Seite, manchmal mehr in der Mitte. Und die meisten Eltern, die haben mir einfach nur so unmotiviert. Aber ich hatte direkt so eine Connection, auch mit dieser Musik, der Schwingung. Und als er dann so die Kinder gelobt hat, ja, sehr gut gemacht, Kinder, habe ich dann so wirklich so hingeguckt und mich auch gelobt gefühlt. Weil ich habe mich sofort identifiziert, ich habe gedacht, ja, die Kinder und ich haben es sehr gut gemacht. Und ich weiß nicht, ich habe so gedacht, vielleicht, weil ich nie mit Trommeln in Berührung kam, vielleicht ist das was, wo ich so, vielleicht bin ich irgendwo in meinem Leben falsch abgebogen und hätte die Trommelroute verfolgen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. Das, oder du wirst einfach gerne gelobt. Vielleicht ist das mein Talent, dass ich super bin im Gelobt werden. Ja, oder du hast einfach eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Ich meine, ey, das kann ja auch ein Talent sein. Ja, das höre ich, by the way, zum ersten Mal, Florentin. Ich weiß nicht, wir hatten im Kindergarten, kam mal einfach der Vater von einem der Kinder rum und hat sein Schlagzeug mitgebracht. Weiß nicht, ob das auf seine Initiative oder auf die Initiative der Kindergärtnerpersonal kam, sondern der hat einfach gesagt, Leute, ich habe ein Schlagzeug und ich baue das jetzt in der Turnhalle auf und dann spiele ich Schlagzeug. Und der hat einfach so laut Schlagzeug gespielt, dass alle Kinder sich nur die Ohren zugehalten haben, aber es so geil fanden, dass jemand so laute Geräusche mit einfach Krach erzeugen kann. Und dann ging der wieder. Und als Kind nimmst du das hin. Aber mittlerweile denke ich da echt öfter drüber nach und denke mir, also sagt der Hallo übrigens, wenn der sein Kind abholt, ganz kurz, ich kann Schlagzeug spielen, also falls irgendwie nur, also falls irgendwas ist. Ich wollte es nur anbieten. Ich wollte einfach nur mal, dass es mal da ist. Und dann irgendwie, irgendwann sagt er, ich habe jetzt mal mein Schlagzeug mitgebracht. Also falls wir irgendwie in der Turnhalle und dann so, ja, okay. Das finde ich auch so geil, wie Leute dann so ihren Traum, vielleicht wollte der einfach mal vor Publikum Schlagzeug, aber er hat es halt nie geschafft, sondern jetzt vor Kindern. Und die Kinder haben ihn geliebt. Die hatten keine Ahnung, was der spielt, aber einfach weil der so laut war und alle so, haben da zugehört. Und ich würde das gerne noch mal aufarbeiten, was genau da passiert ist. Aber einfach zu sagen, ich mache einfach mal richtig Krach für die Kinder. Und da, glaube ich, sind auch einige Schlagzeuge geboren worden, weil die Kinder dachten, Moment mal, ich kann hier maximal viel Lärm erzeugen. Und vielleicht sind wirklich gute Schlagzeuge da entstanden. Also es gibt immer, glaube ich, so Momente, wo man sagt, okay, jetzt möchte ich auch Trommler werden. Ich glaube, Inspiration. Es ist viele Leute, die erfolgreich sind, wenn man im Herbst ihres Schaffens sie vor eine Kamera setzt und sie fragt, ah, wie bist du dazugekommen? Die haben immer irgendeine Geschichte. Wer hat sie inspiriert? Wer ist der Mentor gewesen? Wer hat sie dazu gebracht? Und oftmals sind das ja Leute, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Also Lehrer zum Beispiel haben ja auch super viel Einfluss auf Heranwachsende und können ja auch teilweise mit einem einzigen Satz entweder Kinder zertrümmern oder sie beflügeln. Es gibt ja oft so Situationen, wo man sich, okay, da hat der Lehrer das zu mir gesagt oder die Lehrerin das zu mir gesagt und das kann nach oben oder das kann nach unten gehen. Aber diese Inspirationskraft, die manche, und da fragt man sich, okay, manche Menschen sind vielleicht nur so eine Support-Einheit, die sind nur dafür da, um andere zu inspirieren. Nicht zu buffen. Und zu neuen Sphären zu führen. Wer hat euch inspiriert? Außer mir. Bei mir ist es tatsächlich ein Mitschüler. Ich weiß noch, ich kam, also jetzt, ich habe jetzt nichts Großes geleistet in meinem Leben, aber wenn man was so sagt, okay, in welche Richtung geht es irgendwann, war es ein Mitschüler, der Stromberg-Fan war. Und das war wirklich so Kollegstufe, komplett neue Klasse und ich saß da in der letzten Reihe, neben dem kannte niemanden und dann hat es so ein paar Wochen gedauert, bis man so ins Gespräch gekommen ist und der war riesen Stromberg-Fan und hat dann mit Stromberg so imitiert. Ich dachte, was ist das? Und ich kannte das nicht und habe dann auch irgendwann angefangen, Stromberg zu schauen und habe mich irgendwie verliebt in diese, in diese Figur und in diese Welt und dann haben wir angefangen, da so Quatsch zu machen und so und irgendwie dann selber so unmittelte Szenen alles so zu kommentieren als Stromberg und dann gab es ja auch von Switch die Parodie mit Obersalzberg, wo Hitler Stromberg war, wo es dann nochmal drüber war und so und dann haben wir das immer imitiert und haben die Lehrer dann auch immer so angesprochen und das war halt dann wirklich so unser Comedy-Ding einfach und dann habe ich über Stromberg dann auch irgendwie The Office gesehen, weil ich war dann irgendwann so krasser Stromberg-Fan, dass ich alle Abspände geguckt habe, wer hat es geschrieben und wie heißen die Schauspieler und dann stand immer Based on The Office Barry K. Gervais und Stephen Merchant und irgendwann habe ich das geschaut und so ging es dann los, dass ich irgendwann einfach Comedy-Fan war und dann da so drin war und dachte irgendwie, das würde ich auch gern machen und da haben wir dann auch Sachen geschrieben und so und das war dann wirklich so ein Erweckungserlebnis, weil einer mal sagt, ey, ich mag Stromberg und rückblickend war das so der erste Moment, wo, klar, ich habe davor schon irgendwie Ulmen und Stefan Raab geschaut, aber eher so als Fan und nicht als, das würde ich auch gern machen und das war dann eher so das Ding, also dieser random Mitschüler, liebe Grüße, der in der Kollegstufe daneben mir saß und dann das irgendwie so angefangen hat und man merkte so, da habe ich Spaß dran, also irgendwann rauszunehmen und den habe ich interessanterweise viele Jahre später nochmal beim Baumarkt getroffen und ich war halt immer noch so in diesem, ah, damals unser Ding und Comedy und der war so, ach so, ja, hatte jetzt Frau und Kinder und war so ganz, aha, und wo wohnst du dann jetzt und so, war so ganz ernst und so, bei dem ist dieser Funke irgendwie erloschen oder so, aber dann dachte ich, okay, aber du hast mich angezündet und ich habe jetzt, bin da weitergemacht und du hast was anderes gemacht, irgendwie für dich hatte das anscheinend gar nicht diese Bedeutung, dieses halbe Jahr oder dieses Jahr, wo wir da rumgealbert haben in der letzten Reihe, aber für mich hatte das total die Bedeutung und hat mein ganzes Leben beeinflusst, aber für den gar nicht. Der ist dann einfach in einem normalen Job und normale Familie und wahrscheinlich tolles Leben und so, aber interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir das wahrgenommen haben, die Zeit, ja. Das ist interessant, weil ich hatte irgendwie nie, also ich gab Sachen, die ich cool fand, also die ich lustig fand, die ich gemocht habe oder so, aber es gab nie diese, diese Denke, das kann ich auch mal machen. Also es war einfach für mich nie realistisch, also ich habe zwar so damit fantasiert, zum Beispiel Schauspielerei oder so, aber ich habe nie ernsthaft in Erwägung gezogen, Schauspieler zu werden. Das war einfach für mich nicht realistisch, ein realistischer Beruf, so. Ich weiß nicht warum, es war einfach nicht so, ja, jetzt bewirbst dich mal bei einer Schauspielschule und versuchst, dieses Ziel wirklich zu erreichen, sondern das war eher so, ja geil, cool, dass es Schauspieler gibt, die sind verrückten. Aber ich habe auch, ich habe früher Harald Schmidt oder so geguckt und mein erstes Stand-Up, das ich gesehen habe, war Eddie Murphy, Delirious, das fand ich natürlich saulustig, aber ich habe niemals drüber nachgedacht, so ja, das mache ich auch mal, wie komme ich da hin? Das war einfach nie in meinem Kopf, also insofern gab es nie etwas, was ich, wo ich ein Vorbild hatte, wo ich gedacht habe, das kann ich auch erreichen oder so, sondern es gab Sachen, die fand ich cool. Ich glaube, es sind auch so zwei unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, ich habe auch nie gedacht, irgendwie, das könnte ich mal machen, aber einfach, ich will es mal machen und ich habe ja dann auch irgendwie den Ricky Gervais Podcast und so kam dann über Podcasting und habe dann mit einem Kumpel auch einen Podcast gemacht. Nicht mit dem, ich bin eines Tages der große Podcaster, sondern einfach, man hatte halt Bock, das irgendwie selber zu machen und das ist, glaube ich, dann nochmal so der Funke, der wichtig ist, dass man sagt, ich werde vom Konsumenten zum, ich mache mit, ich mache es auch, ich gehe dann irgendwie in die Theater AG, will irgendwie dann da Sachen machen oder mache einen Podcast oder schreibe dann auch irgendwie kleine Comics oder was auch immer und das ist dann, glaube ich, der wichtigere Schritt, anstatt zu sagen, eines Tages werde ich selber das irgendwann machen, sondern man hat halt irgendwie Bock, da sich selber auszudrücken damit und dann kann es auch dann irgendwann was werden, aber das war, das war für mich so mein Erweckungserlebnis. Nils, wer hat dich, wer hat dich inspiriert? Also ich glaube, bei uns zu Hause, also insbesondere mein Vater, der hat schon immer so, so, so viel so geschnackt und sich irgendwelche Geschichten erzählt und so weiter. Also ich würde schon sagen, da ist auf jeden Fall eine Menge geprägt worden, weil, weil da so, wenn der da mit seinen Kumpels war und so, ich auch immer versucht habe, irgendwie lustig zu sein und, und über die Humorebene irgendwie, glaube ich, eine Connection aufzubauen oder so. Aber ich habe dann auch relativ früh das, ähm, immer angewendet und ich habe auch immer so Sachen, also so Ausdrucksformen auch, also ich habe dann irgendwelche Videos gedreht und habe die dann mit so zwei Videorekordern geschnitten, also das war, so ging halt nicht anders, früher, so hast du zwei, konntest du halt mit dem einen Rekorder hast du aufgenommen, mit dem anderen hast du abgespielt und so konntest du schneiden sozusagen und dann habe ich mit Mario Paint, habe ich dann so Effekte, also so irgendwelche Schnitte gemacht oder irgendwelche Tafeln, wo dann aufgelistet war, wer da mitgespielt hat und so. Geil. Gibt es das noch? Kann man das noch? also die zwei, die Blutrache, tatsächlich habe ich irgendwann mal wieder nochmal bei meinen Eltern gefunden, das gibt es noch, also ein paar alte Sachen gibt es auf jeden Fall noch von früher, keine Ahnung, ich habe das immer schon so, das war irgendwie, ich glaube, das ist viel bei mir zu Hause einfach Prägung war schon, aber so danach gibt es so Sachen, so Stefan Raab oder so, so die erste Zeit bei Viva, so diese Zeit, Viva Sion und so, ich glaube, da, das war so, wo ich gedacht habe, okay, das geht in die Richtung, das finde ich cool. Aber hast du da auch drüber nachgedacht, das würde ich auch berufen, also das ist, auf jeden Fall, du hast wirklich gedacht, ich kann so eine Karriere hinlegen wie Stefan Raab oder, naja, oder so, also das als realistischen Berufsweg gesehen, weil ich habe ja angefangen zu studieren und keine Ahnung und normale Sachen zu machen und nur durch Zufall bin ich bei diesem Gigacasting gelandet und ich weiß bis heute nicht, ich glaube, ich hätte nie den Mut gehabt, den Schritt in dieses Showbiz zu machen, wenn ich da nicht irgendwie über Zufälle so reingespult worden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in der Werbe, irgendwo bei der Werbung gelandet oder so, aber zu sagen, vor die Kamera gehen und Entertainer in irgendeiner Weise zu werden, das ist ja eigentlich ein absurder Berufswunsch. Naja, das ist, was heißt Berufswunsch, das ist in, in erstens glaube ich, dass das in den meisten, ja, ja, aber das ist, ich glaube, dass das ja erstmal schon, das zeigt sich ja auf vielerlei Bühnen, so, also das in der Klasse, mir war es immer wichtiger, wenn ich einen Spruch gebracht habe, über den alle gelacht haben, hat mir das mehr gegeben, als wenn ich eine richtige Antwort zu irgendwas gegeben habe und das war auch oft so, dann war das auch okay für die Lehrer so, dann haben die was gefragt, hab ich einen dummen Spruch gebracht und dann, ja okay, besser als gar nichts. Das ist nämlich jetzt nicht mehr so, besser als gar nichts. Ja, Lehrer wollen auch Entertainer. Genau, aber ich meine, das war schon immer so, und das ist dann, finde ich, das ist schon so ein Kompass, so einen eigenen, und dann überlegst du halt, okay, wo gehst du denn damit hin, mit deiner Identität? Was hast du denn für mich gemacht? War es nicht auch eine Bankausbildung oder sowas? What? Nein. Was hast du nach, ich habe ein CV gemacht? Oder was war der Plan? Ja, mein Plan war schon, dass ich, ich wollte, also ich, mir war, das Ding ist, mir war schon klar, dass ich jetzt nicht Schauspieler werde, oder dass ich, ich wollte Schauspieler werden, also da wusste ich auch noch nicht, dass man, ich bin kein talentierter Schauspieler, aber das wusste ich zu der Zeit nicht, aber ich wollte, hab das romantisiert und wollte gerne Schauspieler werden und meine Mutter hat aber, ähm, mich geerdet und gesagt, mach mal lieber was Vernünftiges, aber ich wollte, bist du Gigagames gegangen? Bist du Gigagames, aber der Wunsch war schon da, ich wollte das schon machen, also heute weiß ich, dass ich da jetzt gar nicht, äh, das Talent speziell zum Schauspielern mitbringe, so, äh, aber damals gab's halt nicht so viele Dinge, wo ich das hätte ausleben können, glaub ich so, die Sachen, die ich eh schon immer gemacht hab und deswegen ist so, war Gigagames schon perfekt eigentlich, so, weil da konnte man, ähm, vor die Kamera gehen, Quatsch machen, Aber das konntest du ja nicht richtig planen, also die Chance, deswegen war ich ja auch komplett lost, weil ich das nicht planen konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin damit, und ich hab dann, ich wollte dann irgendwie, äh, Kulturwissenschaften studieren, so, weil ich dachte, okay, das passt, das geht in diese Richtung und, und das ist aber auch ein kompletter Studiengang für Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen und die auch danach alles mögliche machen, aber, Kulturanthropologie, du bist da genauso schlau wie vorher, und dann hab ich aber BWL studiert, weil, äh, es hatte einen NC von 1.1, das sind nur die Besten, und das war unerreichbar, aber es gab den Trick, es gab zwei Möglichkeiten, entweder du verklagst die Universität, reinklagen, klar, haben einige gemacht, war ich aber nicht dreist genug für, hab ich mich nicht getraut, fand ich assi irgendwie, und das zweite wäre, dass, äh, du die Scheine aus dem Grundstudium eines anderen Studiengangs machst und lässt dich dann ein höheres Fachsemester umschreiben, wenn Leute aus diesem Studiengang schon rausgegangen sind und plätzefrei sind, und dann hätt ich bei BWL gewisse Scheine im Grundstudium machen können und die hätt ich dann mitnehmen können und dann hätt ich das studiert, aber das hat natürlich nicht geklappt, weil BWL einfach der letzte Drecksrotz ist. Entschuldigung an alle die BWL-Studierenden, ich bewundere eure Talente, ich bin einfach völlig untalentiert, und ich saß dann auch, genau wie in der Schule, saß ich, genau wie du das auch gemacht hast, saß ich in den Vorlesungen, in Buchhaltung und in Mikroökonomie und Makroökonomie und Statistik und lass mich in Ruhe und hab mir dann so zwei Typen gesucht, die eigentlich nur in Ruhe studieren wollten, aber, und hab die dann in meine Quatschwelt mit reingezogen und die wollten eigentlich nur so in Ruhe und ich hab, aber ich muss jetzt irgendwie wieder Scheiße in Hefte zeichnen und dumme Gags machen, so. Die waren froh, als ich weg war, glaube ich. Ich stell mir auch immer diese Kommunikationswissenschaftsprofessoren vor, die wirklich für ihr Feld brennen und wirklich die Kommunikationstheorie und wirklich, wie funktioniert das alles und sitzen dann vor einem Raum voller Comedians und Schauspielern und Entertainern und denken sich, ach Gott, interessiert sich niemand wirklich für Kommunikationswissenschaften? Alle nur so, ja, ich will was in den Medien machen und Werbung und so. Alle einfach komplett der Clownshaufen einfach die ganze Zeit. Aber ja, bei mir war es ähnlich. Ich hatte ja Philosophie und dann im Nebenfach Kommunikation, Sprache, Gedöns irgendwie, weil man gesagt hat, mach was Vernünftiges, nur Philosophie geht gar nicht. Das wäre dann, du musst irgendwie unterkommen und dann einfach auch solche Quatschfächer und so und das war auch immer so ein Haufen einfach da. Lauter Künstler irgendwie saßen dann da rum und haben dann da irgendwas über Linguistik gelernt und so. Tja, schon schade. Ja, heutzutage ist es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher. Es gibt andere Möglichkeiten, wahrgenommen zu werden, auch wenn es natürlich die Konkurrenz also unweigerlich viel größer ist. Aber trotzdem ist es so, weiß ich nicht, damals gab es ja einfach nur so ein paar Fernsehsender und man hat sich nur gefragt, wie kommt man da, wie kommt man da eigentlich rein? Also ich habe mich das immer so gefragt, wie wird man denn Late-Night-Host? So, dann gab es dann, irgendwann kam dann MTV und Viva, da hat man dann schon so das Gefühl gehabt, okay, das geht schon mehr so, die sind zumindest mein Alter oder die, so wie auch Stefan Rappel ist ein bisschen älter, aber da hat man so gesehen, okay, da ist so eine Low-Budget-Variante von Harald Schmidt irgendwie, der macht aus relativ wenig, relativ viel oder so, aber es kam mir trotzdem nie in den Sinn, dass Fernsehen oder irgendwie vor die Kamera gehen ein realistischer Berufsweg ist. Also ich habe das einfach nicht nicht realisiert nach, also es kam nicht einmal, ich hatte, ich habe sogar eher, ich habe ja dann sogar noch Rechtswissenschaften, also es war für mich realistischer, Jura zu studieren, als irgendwas, was wirklich meine Leidenschaft oder meinen Fähigkeiten entspricht, weil ich wirklich diesen Tunnelblick hatte, was Gescheites muss man irgendwie machen, erstmal ein Gescheites, irgendeine gescheite Ausbildung und ich wäre auch niemals zu Giga gegangen, wenn die nicht einem dieses Volontariat angeboten hätten, weil das war auch die einzige Möglichkeit, wie ich so meine Familie hinter mich bringen konnte, ich sage, naja, ist ja quasi eine Ausbildung zum Online-Journalist, ja, dann mach das erstmal, so ne, erstmal Volontariat, hat man was in der Tasche, hat man was in der Tasche, hast du was Schriftliches, so, das war schon mal ein wichtiges Argument. Hauptsache, du hast einen Zettel, das ist auch so die Eltern-Denkweise, Hauptsache, du hast am Ende einen Zettel, da irgendwo irgendwas draufsteht. irgendein Abschluss, aber ja, klar, die Sicherheit, das ist auch diese Generation, so ein Sicherheitsding einfach, man muss erstmal was... Abi, Studium, das war eigentlich gesetzt, für, zumindest in meiner Familie, so, beide, meine Eltern haben das so gemacht und meine Schwester hat's mit Umwegen dann irgendwie, aber es war so klar, erstmal, und konntest du ja ruhig was studieren, was dir auch Spaß macht, aber Studium. Ich finde, das ist übrigens auch so ein Ding, weshalb es so gesellschaftliche Schichten gibt, wie so Flüssigkeiten, die sich nicht vermischen, wie so ein Glas, wo so Wasser ist und Öl und irgendwas anderes, Milchschaum. Und man fragt sich immer sehr, aber mischt euch doch, das ist doch gar kein Problem. Aber ich glaube, das, was du gerade beschreibst, mit einem Satz gerade, dass deine Eltern haben das so gemacht und das ist deswegen ihre intrinsische Auffassung, was dein Leben so angeht, wie deinen Lebensweg zu verfolgen, sich auszubreiten hat. Ich bin noch müde. Und weil, wenn du jetzt in einem Haushalt groß wirst, wo niemand studiert hat, niemand Abi gemacht hat, deren Selbstverständnis ist vielleicht zu sagen, okay, mach eine Ausbildung und dann machst du das und das. Das ist das, was man kennt und das ist auch das, was du lernst, weil du hast ja auch niemanden in der Familie, der dir einen anderen Weg sozusagen erzählen kann, der dir sagen kann, okay, das passt zu dir, das Studium, so studiert man. Es fängt ja an, was willst du studieren, wo studierst du das? Es gibt ja gewisse Dinge, die man ja durchaus auch mitbekommt und ich glaube, ganz viel ist einfach schon auch Prägung im Elternhaus. Das heißt, wie läuft das jetzt bei euren Kindern ab? Ihr sagt, okay, erst mal 18, dann einen Twitch-Kanal, dann macht ihr einen Podcast und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist zu spät. Ihr macht erst mal, kriegst du mit einem 15, erst mal einen Ex-Account, dann kriegst du einen Twitch-Account und dann wird erst mal gestreamt. So, hast du heute schon auf TikTok gestreamt? Das ist dann bei euch der Haushalt. Aber du fragst das so leicht sarkastisch oder so, aber die Wahrheit ist ja wirklich, dass ich mir da sehr viel Gedanken drüber mache, weil ich natürlich ein richtig beschissenes Vorbild bin, was beruflich angeht für meine Kinder. Aber warum? Bist du ein schlechtes Vorbild? Ja, weil du kannst ihn auch raiden. Kannst du dann da aufbauen? Also zum einen möchte ich eigentlich nicht, dass er ähnlich einen Berufsweg einschlägt, aber zum anderen ist es halt einfach total weird, was ich beruflich vorlebe. wenn ich sage, so Papa geht jetzt mal arbeiten und dann drei Stunden Baldur Skate spiele. Das ist einfach, ähm, ich weiß nicht, ich find das ist, also, wie du spielst, ne? Das kommt auch noch dazu, ein Baden. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, aber, ähm, das ist schon so ein, so was, womit ich, ähm, weil es ist jetzt häufiger so, dass, ähm, mein Sohn dann auf YouTube irgendwas guckt und dann stolpert, manchmal spricht der mich dann so an, sagt so, Papa, du warst neulich bei Game Two, ne? Ich so, ja, du hast dich verkleidet als so ein Professor, ne? Ja, das war lustig. Und dann denk ich dir so, okay, aber was hat er noch gesehen? Ne, was, was da von mir im Internet ist, hat er noch gesehen? Und das find ich schon interessant, weil man versucht ja anhand der eigenen Erfahrungen, das haben unsere Eltern halt auch gemacht, die haben ihre Erfahrungen gehabt, aber zum Beispiel, unsere Eltern haben ja null Einsicht in die Medienwelt gehabt, in der Regel. Ja, wenn du jetzt nicht aus ner Medienfamilie kommst, wie, was weiß ich, Luke Mockridge oder so, aber wenn, wenn du so normale, aus ner normalen Familie hast, wo die Eltern ganz normale Jobs haben oder so, die haben dann ja auch nicht gesagt, hier, pass auf, ich weiß, äh, wir gehen an die, an die Theaterschule oder was weiß ich, äh, Filmhochschule Ludwigsburg oder so, sondern die, die, also die, die können dich gar nicht in die richtige Richtung vielleicht manchmal schubsen, weil sie selber gar nicht diesen Horizont haben. Oder? Also, ja, aber du kannst es, ne? Du kannst es natürlich für deinen Sohn schön den Channel Management machen und die Uploads und so und das kannst du machen. Das wird Nikola machen. Der Onkel Nikola, ja. In der nie persönlichste Gesicht bekommt. Onkel Nikola macht das. Das ist so dieser Onkel im Ausland oder so, der macht das. Der hat dann auch Kinder und die müssen das dann machen. Die müssen das auch für meine Kinder. Das ist so, dass das sie dann werden. Ich stell mir Nikola so vor, wie Dr. Kralle bei Inspector Gadget. Immer nur so im Stuhl, man sieht immer nur so ne Hand, die am Computer irgendwelche Sachen macht, aber man weiß ehrlich gesagt nicht, wie er aussieht. Ja. Mein Sohn will Homeoffice machen. das ist auch ein guter Buch. Sein Berufswunsch, er hat neulich mir seine Berufswünsche erzählt und das waren vier Stück. War Vampir dabei? Nee, Rockstar und Homeoffice. Rockstar aus dem Homeoffice. War natürlich auch gut. Vielleicht ist das was Neues. Das ist das, was der von mir klärt. Homeoffice. Zoom-Tour. Ja. Meiner will entweder NBA-Star, wobei das ist jetzt mittlerweile vom Tisch, er hat wirklich gesagt NBA-Star, YouTube-Star oder Programmierer bei Mojang. Also die Minecraft. Er will, aber er will nur bei, aber wenn er Programmierer wird, nur bei Minecraft. Mhm. Das ist so, ähm. Was muss man denn da groß programmieren? Ist das nicht schon fertig? Fuck fix. Oder Patches. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, er stellt sich so vor, dass er dann irgendwelche neuen Gesteinsarten erfinden kann oder keine Ahnung was. Aber, ähm, ja, jedenfalls ist das schon, wir alle sind in einem sehr weirden Berufszweig. Aber Rockstar? Also welche Art von Rock nimmt der denn wahr? Was meint der denn mit Rock? Ja, der hat ja seine eigene Band, Teufel der Welt. Und da hatte ich übrigens neulich einen Probe, ähm, Gig. So, ich hab Schlagzeug gemacht. Ähm, und da, der hört halt auch so, hab ich ja schon mal erzählt, der hört halt Iron Maiden und so ein Shit. Zum Glück jetzt hat er, diese Heavy-Saurus-Nummer kennt ihr, das hat er hinterher kennengelernt, das findet er auch noch okay, aber die meisten, ich hab ihm dann so Sachen von mir, früher so Bad Religion oder so, das ist nicht hart genug, das ist nicht walkig genug. Ich find das so gut, dass Etienne erzählt, wie er jetzt vielleicht das Schlagzeugtalent in ihm entdeckt hat und Nils nebenbei erzählt, dass er in der Band Schlagzeuge hat. Ja, halt auf Töpfen, ne? Also selbst dein Traum wird gerade von Nils Bumhoff gelebt, gerade, obwohl die ihn erst seit einer Woche hat. Das ist schon immer so gewesen. Es ist halt auch eine Ehre, weil Teufel der Welt Schlagzeug. Es ist ja, das ist ja, weil wir sind ja da auch draufgekommen über Vorbilder und es ist ja lustig, dass ich war zwar schon bei Giga, aber mein Vorbild kam ja dann erst. Während ich bei Giga war, kam Nils und dann hab ich... Aber sag mal ehrlich, du hattest doch währenddessen immer so eine gewisse Leere, so eine Erwartungshaltung. Wie? Ja, als ich noch nicht da war. Ja. Ich hab gedacht, wann kommt endlich mal jemand, zu dem ich hochgucken kann? Wie war das dann, als ich dann kam? Das war schwierig. Wie war das für dich? Ich hab erst mal gedacht, wow, so eloquent. Ja. Ich hab erst mal als Bedrohung wahrgenommen. Diese Waden. Ja, diese wunderschönen roten Waden. Ja, und diese Eloquenz, dieses Selbstbewusstsein vor der Kamera, dieses... Ja, das hat mich schon beeindruckt. Aber nochmal kurz, das heißt, du spielst die Kochtöpfe, oder wie? Mhm. In der Band? Mhm. Mehrere Kochtöpfe oder nur einen? Gibt's ne... Zwei. Zwei? Und hast du Schläger oder... Diese Holz. Schläger. So Holz. Klöppel, Schläger. Wie heißt die Dinge eigentlich? Holzlöffel. Holzlöffel. Holzlöffel? Ja. Und was gibt's noch für Instrumente? Gibt's ein Bügeleisen oder was ist das für ne... Art von Band? Nee, es gibt also Instrumentals. Das ist halt das Hauptinstrumental und dann gibt's noch so... Ich glaub, so alles... So Krach im Allgemeinen ist schon... Wird instrumentalisiert. Also alles, was in irgendeiner Form Geräusche erzeugen kann. Und wie groß ist die Band, wenn man fragen darf? Unterschiedlich. Also manchmal... Mit mir zwei, aber manchmal auch... Ohne mich zwei. Also das kommt auch immer... Also eigentlich zwei feste Mitglieder, die Band. Ich bin nur... Du warst Ersatz, der Ersatzschlagzeiger. Krass. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist so... Kinder gucken... Das ist halt so wie ein Aquarium. Ich stell mir das immer vor so, man wird in einem Aquarium groß und das ist so die Welt, die man kennt und da weiß man, da ist die Pflanze, die hat die Farbe und da ist das Kiesbett aus den Steinen und da ist so ein kleines Korallending und so und dann... Aber dieses Aquarium steht in einem riesigen Ozean. Und irgendwann verlässt du dein Aquarium, aber du nimmst ja deine Realitäten mit. So was... Was du kennst, du bist zwar im selben... Grundsätzlich im selben Habitat, aber du hast schon irgendwie andere... Bist halt anders geprägt. Und das ist natürlich so, wenn... Wenn deine Kinder jetzt mit deinen beruflichen Realitäten konfrontiert werden, dann ist das für die ja ein Stück weit auch normal. Und das sieht man ja auch ganz oft, dass es so... Zweite, dritte Generation von irgendwelchen Schauspielerinnen gibt oder allgemein, dass es ganz oft... Guck dir dir mal die Ochsenknechts an. So, wo du jetzt... Selbst da, wo du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen würdest, okay, die sind jetzt David Bowie oder so, aber die sind ja angefangen mit ihrem Namen, Jimmy Blue und so, da ist ja schon vorprogrammiert, welchen Weg die gehen werden. Oder Leni Klum. Ja, exakt. Wo du merkst, ne? Oder hier, wie heißt diese da? Goldie Hawn und ihre Tochter, die Meg Ryan oder whatever. Nee, nicht Meg Ryan. Wie heißt die? Ich weiß, wenn du meinst, aber die heißt nicht Meg Ryan. Ja, aber die... Und vielleicht... Ja, aber das ist genau das, ne? Die kommen aus einer Schauspielfamilie. Der Vater Kurt Russell, Mutter Goldie Hawn, also die ist dann als Kind immer... Oder Sophia Coppola, ne? Die Tochter von Francis Ford Coppola. Als Kind schon am Set gewesen von, was weiß ich, Apokalypse Now oder so. Und hat mit Schauspielern zu tun gehabt, mit Kameramännern und so und ist Regisseurin geworden. Auf der anderen Seite, meine Eltern, ich weiß nicht, wie ich es für euch habe, weil meine Eltern, mein Vater ist ja Arzt, meine Mutter war Lehrerin und beide haben nur über ihre Jobs gelästert. Beide. Also beide waren mega unzufrieden. Meine Mutter kam immer von der Schule und hat gesagt, ich hasse diesen Job, ich hasse Schule, ich hasse diese ganze Bürokratie, ich hasse alles daran. Nie wieder würde ich... Und er hat auch immer gesagt, Schatz, du musst irgendwas machen. Folge deinen Träumen. Mach, was du... So, ne? Mach bloß nicht das, was ich mache. Mein Vater auch, hat sich ja so mehr oder weniger privat dann als Künstler ausgelebt, Bilder gemalt und so weiter und ist eigentlich eher kreativ, aber wurde mehr oder weniger noch von seinen Eltern in diesen Beruf des Arztes reingezogen, hat auch seinen Beruf komplett gehasst. Also ich hatte nie dieses Vorbild, wie jetzt, weiß ich, ich stehe es mir jetzt bei Goldie Hawn und Kurt Russell vor, die ihren Job geliebt haben. Die sagten, das ist geil. So. Also ich hatte auch nicht, ich wollte, ich hatte sogar überlegt, ob ich Lehrer werden soll, weil da war wieder so dieses leicht entertainige vor Publikum. So, ja, da... So, aber ich hatte keinen, halt keinen Bock irgendwie auf den... Du musst da auch noch Inhalte vermitteln. Ja, Inhalte. Oh, pass auf, Leute, ich hab ein neues. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Zwei plus zwei. Nee, aber das gar... Es war nicht so, dass ich da in irgendwelche Fußstapfen oder in irgendwas reintreten konnte, wo ich sagen könnte, ja, das hat mein Vater schon gemacht oder meine Mutter hat das schon gemacht und jetzt mach ich das auch. Bei mir ähnlich. Also mein Vater ist eigentlich der eigentliche Entertainer-Typ, so, von dem hab ich viel auch, wie gesagt, Prägung erfahren und so, aber der war halt bei der Bundeswehr und der hatte einfach überhaupt gar keinen Bock drauf. Der war komplett deplatziert einfach, aber durch dessen Familiengeschichte war das halt so, okay, das macht der jetzt und er hat das einfach gehasst und eigentlich ist das, der hätte eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. Also, mögen deine Eltern ihren Beruf oder? Ja, doch, also mein Vater war Programmierer immer, immer der Computer-Typ und auch immer, irgendwie war natürlich super, weil Computer natürlich ein interessantes Thema ist als Kind und dann, wir hatten zwar immer nur Mac oder so, aber dann auch Computerspiele und so und dann alles in der Richtung und ja, ansonsten schon, also das war immer, ja, Computer sind das Beste, was es gibt und besser als Menschen eigentlich und nee, das war eigentlich schon ganz cool. Meine Mutter hat alles Mögliche gemacht irgendwie, immer wieder Naturschutz, Museum und Stadträtin und verschiedenste Sachen. Da war eigentlich immer verschiedene Sachen. Warum bist du nicht Stadträtin geworden? Gute Frage, ja gut, ich wurde natürlich in einem politischen Aktivismus auch gezwungen in gewisser Weise. Ich war auf vielen Demos dann dabei als Ordner, obwohl ich keine Ahnung hatte, worum es ging, weil mir das als Kind einfach völlig egal war. Legendärerweise stand ich ja auch auf der Wahlliste der Grünen und man konnte mich wählen und einfach, weil die Wahlliste vollgemacht werden musste bei uns in der Stadt. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das stimmt. Das stimmt wirklich, ja, das stimmt wirklich und ich habe auch Stimmen bekommen und ich weiß nicht von wem oder was oder warum, aber irgendwann taucht dann mal so eine Tabelle auf, wer wie viel Stimmen bekommen hat, aber das ist nur so, falls, weil du musst ja immer dafür denken, was passiert, wenn du 100% Stimmen kriegst, dann brauchst du genug Leute, um den Stadtrat aufzufüllen. Das heißt, auch wenn du weißt, dass du nicht 100% Stimmen kriegst, brauchst du eine gewisse Liste an Leuten, damit du jetzt nicht irgendwie vor einem Problem stehst, dass die Leute nicht wissen, wen sie dann am Ende als Stadtrat gewählt haben, sondern du musst diese Liste haben und da schreiben die Leute halt ihre ganze Familie drauf und da stand ich da auch drauf und deswegen vielleicht hat mich das nachhaltig von der Politik dann auch abgeschreckt, weil ich auch gesehen habe, dass es nichts bringt. Das ist ja auch immer noch die Möglichkeit, dass du genau irgendwie das Gegenteil machst, also da weiß ich nicht, Eltern sind Anwälte und du wirst Punker, so die klassische, ne, so in der Zwischenproperität. Bin ich das Gegenteil von einer Stadträtin, weiß ich nicht, ob ich antipolitisch auftrete, ich weiß nicht genau, wie das aussehen würde. Apolitisch, du bist so. Ja, aber, ja, ist natürlich auf so einer lokalen Ebene auch was anderes, da protestiert man dann gegen eine Umgebungsstraße acht Jahre lang und dann wird's halt gebaut. Aber das ist schon so, also guck mal, diese, das ist ja mal selten, ne, dass man, dass man mal was Echtes sieht in der Maske des Entertainers und diese Verbittertheit, die du gerade zur Schau stellst, ungewollt, wo wir gerade so ein bisschen ernster reden, das ist ja schon so, dass die fortlaufende Ironie, mit der du alles kleidest, auch ein Produkt sein kann der Erfahrung aus der Politik, aus deiner Zeit auf der Liste, dass du dort gemerkt hast, dass, und das hast du ja gerade auch in einem Satz gesagt, das macht eh keinen Unterschied, dass das alles einfach völlig ein sinnloses Theater ist, eine Aufführung, ein Gegockel, was im Prinzip sich selbst erhält, aber nicht irgendeinem Zweck dienlich ist und dass du dann aus dieser Erkenntnis heraus so eine Art Joker geworden bist. Der abseits der normalen gesellschaftlichen. Der alles nicht mehr ernst nehmen will. Ja, ja, klar, Zynismus ist da ein großes Problem, glaube ich, auch wenn du in der Politik bist oder damit zu tun hast irgendwie, weil natürlich auch vieles scheitert oder viel Idealismus dann auch einfach verpufft und dann musst du natürlich gucken, dass du da nicht zynisch rauskommst, aber ja, kann sein, kann sein. Das ist natürlich immer eine Frage. Ich glaube, jeder hat irgendeine Form von Rebellion in sich. Bei mir war es der Dialekt, den ich mir ausgetrieben habe, wo ich irgendwann absichtlich nicht mehr bayerisch gesprochen habe. Und da gibt es... Und dann irgendwann habe ich mir das komplett ausgemerzt irgendwie. Das war, glaube ich, rückblickend ein Akt von Rebellion, aber natürlich sehr zahm in der Hinsicht. Aber ich glaube, in irgendeiner Weise versucht man natürlich schon, da gegen die Eltern zu arbeiten oder so, sich davon abzugrenzen. Das kann natürlich schon sein. Da kann ich mich mit identifizieren. Ich habe ja meinen französischen Akzent jahrelang abtrainiert. Ja. Weil ich auch viel gehänselt wurde. Geänselt. Geänselt. Und ja, da kommt wieder Krason, Eddie und so. Und ich war so froh, als ich dann wirklich dieses klassische Hochdeutsch gesprochen habe und nicht aus Versehen. Aber vermisst du es nicht heute manchmal diese Art von Identität noch zu haben? Weil du bist ja ein Chamäleon heute. Ja, so ein bisschen meine französischen Wurzeln. Dass ich die so komplett aufgegeben habe. Ja, weil wenn du heute nach Frankreich zurückfährst, ich habe nicht das Gefühl, dass du dich da wirklich heimisch fühlst. Dass du da wirklich auch untertauchen kannst. Kompletter Fremdkörper. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Franzosen mich nicht als einen von ihnen. Du bist hier nicht willkommen und auch in Frankreich nicht. Das heißt, du bist so ein Wandler. Exakt. Auf das ewige Wandern verflucht. Das ist schon echt auf der Suche nach irgendwo so einer Insel oder irgendeinem Ort, wo ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Also auch im Kreis Hamburg nicht. Mhm. Ja. Aber hast du mal Inseln besetzt? Ja, sagst du mal dich um Inseln gekümmert? Ich war auch von Mallorca war ich mal. Weil du musst ja natürlich auch was tun. Und du kannst natürlich nicht nur hier rumsitzen und träumen, sondern es gibt bestimmt viele tausend Inseln auf der Welt. Guck die wirklich mal an. Ob es nicht eine gibt, die in einem Eddy würdig ist, wo du sagst, hier kann ich sein. Hier bin ich, wer ich bin. Allein in Skandinavien. Also so Norwegen, Schweden, die Länder mit den meisten Inseln. Da gibt es hunderttausende Inseln. Und wenn du allein da mal guckst und du kannst ja vor allem auch mit der Reichweite und vielleicht ist das deine Rolle als inspirierender Faktor für die Welt. Vielleicht kannst du all die Heimatlosen, die so wie du nicht ankommen können, ansprechen, mit denen zusammen, die eine Insel zur Heimat machen. Aber ich glaube, das ist sinnlos letzten Endes. Eddie, du bist ein Gaukler. Du ziehst von Stadt zu Stadt, um deine Kunst zu präsentieren. Du bist ja gerade deswegen interessant, weil du keine Heimat hast, weil du ihr natürlich auch was aus der ganzen Welt mitbringst. Aber was ist, wenn ich ein fauler Gaukler bin? Also ein Gaukler, der müsste eigentlich von Stadt zu Stadt ziehen, aber hat keinen Bock. Ein Faulkler? Ja. Ja. Das ist halt richtig dumm, wenn du so zwei unterschiedliche Gaukler, ne? Homeoffice-Gaukler. Du bist halt eher, bei dir kommen halt eher die Leute dann zu dir vielleicht. Genau, du kannst so 15 bis 18 Uhr bei mir im Stream wird gegaukelt. Schaltet bitte ein. Das ist eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, das Homeoffice ist ja wirklich eine gewisse Staatenlosigkeit und das Internet natürlich als Cyberspace, als Cloud ist natürlich auch eine gewisse Unzugehörigkeit. Du kannst überall empfangen werden. In Australien kann man dich noch hören im Radio. Also natürlich bist du da gar nicht begrenzt auf irgendwelche Orte oder so. Das heißt, du hast ja schon diese Heimat in der Heimatlosigkeit gefunden im Internet, oder nicht? Ja. Ich sag ja immer, der Twitch-Chat ist so ein bisschen meine Familie. Weißt du, was irgendwann rauskommen wird? Ich wollte dir was Gutes tun und ich hab die ganzen, also das wird gar nicht gesendet. Alles, was du streamst, wird gar nicht gesendet. Und alle Leute da sind Bots. Oder bist alles du. Du schreibst mit 120 Accounts. Und ich so Truman-Show-mäßig. Ja, und nichts, was du jemals gemacht hast, wurde wirklich irgendwo gesendet. Moment, du würdest du sagen, Ansuil gibt's nicht? Ansuil bin ich. Wir sind alle Ansuil. Ja, irgendwann muss das ja mal rauskommen. Ja, das ist so ein Truman-Show-Ding. Diese Fantasy hab ich ja schon ganz lange, dass ich irgendwann eine andere Fantasie. Bei Truman ist es ja so, dass Tür aufmache und da ist dann Er ist der Main-Character, alle gucken zu und alles wird gesendet und bei dir weißt du jetzt eben so, dass eben nichts gesendet wird. Aber ja, Truman-Show, das ist so ein bisschen so eine Fantasy, Fantasy, die du hast. Hast du manchmal das Gefühl? Ja, dass irgendwann kommt einer und macht die Tür auf und sagt so, da war das Codewort komm raus in die echte Welt. Aber dann die ganze Show ist nur aufgebaut worden, um zu schauen, wie verhältst du dich in dem Moment, wo man dir sagt, das ist nicht die echte Welt und du gehst raus und die Welt, die danach kommt, ist aber auch nicht echt. Sondern es ist nur Teil des vorher vorbereiteten Plottwists, dass du dann glaubst, du kommst in eine neue Welt, damit man das, wenn man irgendwann merkt, ab Staffel 7 ist es zu repetitiv, kommt nichts mehr Neues. Das ist dann nochmal für die Serie der neue Punkt, wo es nochmal bergauf geht. So ein bisschen wie bei, wie heißt die, die Roboter-Serie, wo die Cowboys Roboter sind. Westworld. Oder aus der Westworld rausgehen und denken, das ist so die rechte Welt und dann ist das aber auch nur, ich weiß nicht, ich hab nur die erste Staffel gesehen. Weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, ich glaub, mehr muss man, alle sagen immer, mehr muss man nicht sehen als die erste. Aber ich mein, diese ganze Virtual Reality und so Brillen werden ja natürlich irgendwann auch so gut, dass du nicht merkst, dass du eine auf hast. Und ich denk mir irgendwann so, vielleicht sitzt man irgendwann da und sagt so, und plötzlich nimmt man so eine Brille ab und merkt, ich war die ganze Zeit nur in Virtual Reality, es war alles nicht echt. Und dann sitzt du da, weil du natürlich auch da, wenn du die lang genug da drin bist, weißt du es gar nicht und das ist irgendwie, vielleicht ist es alles nur ... Da sind wir über diese Simulationstheorie und damit hast du einen echten Simon. Ja? Ich krieg's die ganze Zeit aufs Ohr. Schon seit 70 Minuten brüllt er mir immer lauter werdend aufs Ohr, dass ich die Simulationstheorie nochmal anbringen soll. Und deswegen, ja, vielleicht sind wir alle nur in der Simulation von Simon Kretschmer. Vielleicht sind wir alle nur Figuren, die in Minecraft, das mittlerweile durch die fortgeschrittene Programmierung so realitätsgetreu ist, vielleicht sind wir alle nur von Simon Kretschmer mit einem Pseudobewusstsein ausgestatteten NSCs. Ich hab ja schon mal gesagt, oder ich hab das, glaube ich, wenn wir in dieser Theorie leben und wir sind einfach nur Spielfiguren, warum hab ich dann keinen besseren Spieler gefunden? Warum find ich einen, der besser zocken kann? Ja, dich gibt's ja dann wahrscheinlich ganz oft. Du bist ja sozusagen dann wie so ein League of Legends-Alt. Nee, so wie bei The Sims. Wir leben wie bei The Sims und irgendjemand zockt das gerade. Warum kann der nicht besser zocken? Vielleicht ist er schon der Best. Also vielleicht zockt er schon gut. Ja, aber es gibt ja auch jemanden, der Brad Pitt zockt. Ach so. Ja, aber in deiner Zehne, ja, du glaubst, dass aktiv gesteuert wird. Ich glaub, die Simulationstheorie ist ja nicht, dass du aktiv gesteuert wirst, sondern eher, dass du sozusagen berechnet wirst. Oder dass du, dass es vielleicht irgendwie einen Datensatz gibt, der deine Persönlichkeit repräsentiert, aber alles, was um dich herum ist, ist sozusagen programmiert und ist virtuell. Das bedeutet ja nicht, nicht, dass jemand eine Ebene höher dich aktiv steuert, wie ein Pokémon oder wie heißt Pokémonchi hier? Takamachi? Tamagotchi. Tamagotchi. Nee, so ist es ja nicht. Sondern es ist eher so, nee, zäumen das mal von der anderen Seite auf aus. Stell dir vor, wir sind jetzt die Realität, ne, wir sind jetzt nicht in der Simulation, sondern wir sind die Realität und irgendwann kommen wir an den Punkt, okay, wir haben ja nicht mehr so Bock auf Sterben und, ah, warte mal, da gibt's auch eine Möglichkeit, wir können unser Bewusstsein in eine virtuelle Umgebung laden und, okay, aber du musst jetzt ja dann dieser Persönlichkeit, die dann hochgeladen wurde, auch noch irgendwie eine Welt an die Seite stellen, in der sie existieren kann, sonst wird sie ja wahnsinnig und dann kreierst du irgendwie eine Welt, in der du dann lebst und die ist dann nicht mehr real und dann bist du natürlich aber irgendwann in dieser, in der simulierten Welt auch wieder irgendwann an dem Punkt, wo du das technologische Niveau erreichst, wo du sagst, okay, wir machen jetzt eine virtuelle Welt und dann hast du eine virtuelle Welt nach der virtuellen Welt, nach der virtuellen Welt, wirst du? Ich sag jetzt ja. Aber kann man da irgendwie raus? Kann man irgendwie aufwachen? Gibt's eine Möglichkeit? Selbstverständlich. Gibt's bei der Truman Show? Gibt's diese Tür? So, und jetzt kommen wir zum Supporters Club. Also, ihr müsst einfach alle in den Supporters Club gehen, richtig viel investieren und eventuell, seid ihr dann am Ende... Moment mal, stopp. Das heißt, du versprichst, dass wenn du aufwachst, alle anderen auch raus holen. Man wacht nicht auf. Nein. Oder dass du raus... Nein, es gibt ja kein Aufwachen. Aber dass du zumindest in irgendeiner Weise in der Ebene wieder zurückkommst. Aber wer bist denn dann du in meiner Welt? Weil du kannst ja auch... Das könnt ihr auch... Entweder... Entweder wir sind einfach alle digitalisiert worden und innerhalb dieser Digitalisierung gibt es vielleicht sogar eine Form von Fortpflanzung, die auch in irgendeiner Form digital ist über Algorithmen. Vielleicht sind Gene digitale... Code. So... Aber der Grundgedanke ist ja, dass du das Leben digitalisierst, um es zu erhalten. Wenn du sagst... Ich nehme an, du hast jetzt... Du leidest jetzt an tödlichem Narzissmus. Und du weißt, du hast nicht mehr lange. Der ist schon weit fortgeschritten, der Narzissmus. Und du hast nicht mehr lange. Und du hast aber keinen Bock zu sterben. Und dann lädst du dein Bewusstsein hoch. Dann rettest du dein Bewusstsein. Du digitalisierst dich. Aber kann dieses Bewusstsein nicht auch aus dem Aquarium rausgucken? Kann das nicht auch sagen? Also kann jetzt nicht Super Mario auch den Blick in die Kamera wenden und sagen, it's me? Ja. It's me, Mario. Also kann der nicht auch rausgucken und sagen, ach jetzt verstehe ich, dass ich nur Mario bin in der Welt. Aber bräuchtest du natürlich zum einen eine Schnittstelle? Müsste eine Kamera sein oder so, die auf die echte Welt gerichtet ist? Irgendwas? Vielleicht gibt es keine Tür. Vielleicht gibt es einfach keine Tür in diese Ursprungswelt. Weil ich sie vernichtet. Ich glaube, es ist ein Codewort. Es ist ein Safe Word. Irgend so eine Art von rot-blau iPad. Bip. Bip. Oder ein ... Aber ich verstehe immer noch nicht, wer ihr ... Warum sollte jemand in meine Welt dich reinladen? Wer sagt denn, dass es deine Welt ist? In meiner Welt bin ich doch mein ... Aber da geht's ja ... Aber du gehst jetzt davon aus ... In der Theorie heißt das, dass alle in einem und dergleichen ... Ja. Ist ja bei Matrix auch so. Ist doch nicht ... Du glaubst, dass du eine eigene Welt nur für dich hast und alle sind nur NPCs außer dir oder was? Ja. Ja, aber das hat ... Wer würde solche Ressourcenverschwendung aufwenden wollen, um dein Bewusstsein zu erhalten? Nee, das hast du ja gesagt mit dem Bewusstsein erhalten. Ich glaube einfach, dass es die Technologie sind, die wir uns in tausend Jahren irgendwann einfach entwickeln. Dass wir einfach in einem Videospiel sind, gespielt von irgendjemandem. Ich bin der Hauptcharakter in diesem Spiel. Es war nicht schade an Matrix, dass die dann in der Matrix genauso aussehen wie in echt. Weil das muss ja eigentlich gar nicht sein. Du kannst ja auch einfach irgendwie so ein Typ mit einem Schuh als Kopf sein. Moment hat er nicht in echt eine Glatze und in der Matrix diese wunderschönen langen Haare. Ja, aber nur, weil er irgendwas angeschlossen ist. Stimmt. Das heißt, die Matrix sagt, komm, Haare. Ja, also du kannst zumindest ... eine coolere Form von dir sein in der Matrix. Du bist schon noch optisch ähnlich, also es ist jetzt nicht was komplett anderes, aber ... Aber die Frage ... Es ist eine ganz tobe Frage, aber warum gibt's in der Matrix zum Beispiel dicke Leute? Weil in ihren Gelee-Kammern werden die ja alle nicht dick sein, weil ja ihr kompletter Stoffwechsel komplett gesteuert wird von den Robotern und halt kosteneffizient perfekt durchgetaktet ist. Und der geht jetzt in die Matrix und ist dick. Und was ist, wenn der aufwacht? Ist der dann ... Also, ergibt das Sinn oder nicht? Ja. Also, warum ... Gibt's dicke Leute in der Matrix? Warum hat die Matrix mich jetzt dick gemacht und alle anderen nicht, wenn alle anderen in der echten Welt nicht sind? Warum, sind die in der Matrix nicht alle noch Babys? Nein. Nee, nee, nee. Neo wacht doch auf und ist so alt wie er in der Matrix. Ja, Neo, aber alle anderen sind doch noch Babys. Nein. Die werden doch gefarmt. Nein, nein. Die anderen sind ja auch alle irgendwann aufgewacht. Trinity und so. Die werden geboren, die werden in vitro gezeugt irgendwie und dann werden die in diese Kamera gelegt und dann in diese Schläuche gepackt und dann sind die digitalisiert. Die werden ja nicht unendlich alt. Irgendwann wie eine alte Batterie. Das sind ja Batterien. Ja, werden die irgendwann ausgetauscht. Aber ich meine, ich hab schon lange nicht mehr geguckt, aber ich meine mich zu erinnern, dass Alveneo da aufwacht und diese Matrix und dann diese Farmen da sieht, dass das alles Babys sind. Nee, nee, nee. Es gibt verschiedene Etappen. Es gibt dann einmal so diese Stockwerke, wo nur die Babys oder Föten sind und dann aber auch die Erwachsenen. Aber vielleicht, ich weiß nicht gar nicht, ob Trinity ist. Es gibt ja auch Leute, die in Zion geboren wurden, die gar nicht aus der Matrix aufgewacht sind. Ich bin mir jetzt nicht so tief in der Lore, wer jetzt alles aus dem Team aufgewacht ist und wer nicht, Aber noch mal zu einer Frage, wegen Dicksein und so weiter, das liegt natürlich daran, dass die Konsequenz des Handelns erhalten und sichtbar bleiben muss. Wenn du nämlich jetzt diesen Moment hast, dass du ohne Ende Sachen in dich reinstopfst und du würdest keinen Unterschied bemerken, dann würdest du ja misstrauisch werden. Und dann in dem Moment, wenn der gefährliche Gedanke geboren wird, hier stimmt irgendwas nicht, das ist gefährlich. Aber jetzt nicht alles, was man hat, ist ja aus Konsequenz geboren. Kannst ja auch einfach irgendwie was Angeborenes haben oder sowas. Und dann wachst du auf in der echten Welt, du merkst, du hast es gar nicht, mir fehlt hier gar kein Bein. Warum habe ich in der Matrix, warum fehlt mir ein Bein von Geburt an? Was war das denn für ein Prank? Was war das denn? Also nach welcher Logik geht das denn? Ja, aber das ist das Gleiche wie auch bei Religionen. Wenn einer sagt, danke Gott, dafür, dass du mir den Oscar gegeben hast oder den, weiß ich nicht, das Talent Messi zu sein, super Fußball zu spielen, aber bei anderen sagt Gott, das Kind hat Aids. Warum? Warum ist Gott so, ja cool, den mache ich zu einem richtig geilen Fußballer und das Kind lasse ich einfach irgendwie mit einer tödlichen Krankheit. Also du kritisierst jetzt Messi, dass er Gott dankt, weil er nicht in Verantwortung zieht für alles Negative, was passiert. Ne, es ist zumindest ein bisschen sehr opportunistisch gedacht, dass es also einerseits Gott mir so viel Gutes tut, aber dem Rest der Welt sozusagen einen Haufen vor die Tür setzt. Es geht ja so in die ähnliche Richtung, dass einer in der Matrix sagt, okay, du bist Neo oder du bist whatever und du bist halt der Dicke oder was auch immer. Das ist ja ein bisschen... Wir treffen uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal, weil ich habe mir jetzt tatsächlich runtergeladen, Rufus Beck liest die Bibel. Ich werde mich jetzt intensiv damit auseinandersetzen und vielleicht kann ich in einem halben Jahr nochmal kommen und dir die ganzen Fragen beantworten, wie das alles genau funktioniert, weil aktuell habe ich keine Ahnung und ich hatte noch einen Guthaben übrig, bevor mein Abo ausläuft und dann dachte ich, was lade ich jetzt runter? Bibel. Ohne Scheiß, ich habe neulich wirklich mir überlegt, die Bibel zu lesen weil ich auch immer wieder so... Es gibt so viele interessante Interpretationsmöglichkeiten für die Bibel. Jetzt sind wir wieder bei diesem Alien-Thema und so weiter. Man kann das ja alles so anwenden auf die Bibel. Dann steht da irgendwie das und das ist passiert und so und dann sagst du, ja, okay, pass auf, aber was ist, wenn die Dämonen und so, das ist in Wirklichkeit, sind das Außerirdische und zack, zack, zack. Also man kann das wirklich modernisieren und anpassen. Ich muss den Scheiß wirklich mal lesen. Ey, wir machen einen Bibelkreis. Ja, lass uns mal. Wir machen einen Bibelkreis, wir treffen uns schön zu Kaffee und Kuchen jeden Sonntag und diskutieren über die Bibel. Das ist eine Folge. Wir können ja wirklich Podcasts zusammen machen. Ja, die Bibelboys. Stimmt, wir sind Bibelboys. Wir lesen jede Woche eine Seite. Aber wäre es nicht auch komisch, wenn früher so Phänomene, also man hat ja auch so überlieferte Storys, wenn die zum ersten Mal, weiß ich nicht, eine Sonnenfinsternis gesehen haben und die hatten natürlich noch nicht die wissenschaftlichen Infos, die wir heute haben. Die haben das nur gesehen, haben irgendwie gedacht, what the fuck, was geht da oben ab? Was meint ihr, wie das damals war, als sie zum ersten Mal so ein Video von Montana Black gesehen haben? Irgendwo ein Sonnenfinsternis, oder? Das muss krass gewesen sein. Und die Spuren finden wir heute noch in der Bibel, glaube ich. Als sie einfach mal so ein Video gesehen haben und gesagt haben, guck mal, Alter, wie krass, was ist das für ein Aquarium? Das leuchtet auch noch, Neon. Ja, oder wie die da irgendwie dann Jurassic Park gesehen haben. Das muss in Jerusalem eingeschlagen sein. vor 3000 Jahren irgendwie, als sie dann zum ersten Mal Ice Cube gehört haben. Ja. Oder so ein Auto oder so, ne? Wenn du im Mittelalter dann in so einem Auto sitzt, Und das haben die dann ja irgendwie in der Bibel überliefert dann so. Keine Ahnung, fuck the police, haben die halt anders umschrieben, so nach dem Motto, ja. Viel in der Übersetzung verloren gegangen, das stimmt. Habt Schlechtsverkehr mit der Obrigkeit oder so. Genau, sowas, ja. Ja, finde ich gut. Wofür das alles steht, also bin ich gespannt auf euren Bibelpodcast. Ja, lass das noch machen. Ich glaube, da werden wir einiges knacken, weil hier ist ja noch viel drin. Was da rauskommt. Wollen wir das, wir können uns ja, also es gibt zwar Möglichkeiten, entweder wir lesen die einfach und reden drüber, oder wir sagen, wir lesen denselben Abschnitt und reden dann ganz explizit über einen Abschnitt. Und wir merken in der Diskussion, dass wir beide zu faul waren, den zu lesen. Ja, aber die Daten haben, die andere ließen. Wenn ihr noch einen dritten bräuchtet, der da... Nee, es ist dann immer so voll zu dritt. Ja, das ist dann auch so. Es hat einfach zu zweit eine andere Dynamik irgendwie. Ja, es ist anders. Keine Ahnung, nee. Die Dritte macht oft einfach alles kaputt. Ja, das glaube ich. Naja, gut. Okay. Das war's mit unserem Dreier-Podcast Almost Daily für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über all die Themen denkt, die wir heute abgedeckt haben. Wir lesen die uns alle durch. Tschüss. Das war jetzt. Tschüss. Fauli. Tschüss. 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 Tschüss.